hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge unterbrech mich halb zu einer neuen folge ne lege mal wirst du behüblich und der Hornig macht jetzt mal weh doch ey du brutal ey so ein Seestern ja du hast mich grad verquetscht alter alles wirst du wo ich bin? ja hallo ich bin auch da hey komm du kannst hier an der Seite raus hier du kannst hier links raus nein kann ich nicht ich bleib jetzt Tor ich bin jetzt hier warte ich ich bin Tor komm kurz Iron Man hier du kannst Iron Man hier nicht raus springen gut dann gehen wir wieder hoch schade arme Iron Man ja ich geh halt sterben ich bin schon ne hä äh ist der jetzt echt was ist denn mit ihr mit passiert wo ist Iron Man? wirst mich verarschen? ha 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 service gibt es Zeichen von diesem Forschungsobo Doom war da drin als der Tanker hoch geht ja die Zerstörung des Tankers scheint auch ihn erwischt zu haben Sir ich sehe ein weiteres Fahrzeug nicht allzu weit von unseren Koordinaten das hatten wir schon früher mal ja aber nicht auf ihn ja so weiß ich muss ich mal wieder hier hin werden äh hallo ok das Schild kommt eh jetzt aber eigentlich musst du sterben ja ne eben außerhalb des hallo so wie dazu mal so waren so ein Ding mal sterben oh hm was war ich denn jetzt? Hannes bist du ein netzschwingender Charakter? nein also warum konntest du das da machen? der Leck hat grad extra für die angehalten das Bild hat grad extra für die angehalten weil du grad nicht hingeschaut hast was ist das denn? ist das wirklich Zeitlupe? ja ja war das grad eine Absichtszeitlupe oder ist das was das Spiel gehangen hat? nein ich denke es war eine Absichtszeitlupe ja oooh das tut gut so gut hm ja ist das Taddeos eigentlich immer? Taddeos? ah sind wir eigentlich unter Maza? ja nein sind sie auch noch in Maza selbst? oder ist was das? wir sind schon aus ja bei mir ist das komisch weil die schwimmen hier runter also auch ganz rein kannst du mal? ich würde so gerne da raus weißt du was? nein ich kann ja als Ironman hier nicht der geht jetzt kannst du mit dem Rote ja? ja das bin schon unterwegs ich auch gesagt warum? warum? ihr Menschen schmückt eure Sphäre bösen mit du Alter man versteht die nicht mal wir verstehen die also nicht sauer sein wenn die lebt wir können die Zeitlupe nein ich finde es wirklich schön dass man nicht direkt vor den Menschen stehen muss um zu ihm zu wechseln ganz ehrlich das hat mich so ver... noch nicht so verlegt weil die muss dann los Kompliznager? ja obwohl ich das bei Heer der Ringe sehr oft aufgehört habe dass man die ganze Zeit gemälde wechselt hat dass man... das... es gab immer so viele Charaktere zu manchen Zeit ja ne da musste man immer nicht genau werden und so das war ein bisschen blöderes Heer der Ringe aber na gut es ist halt nicht ein Heer der liegt ja nicht an dem Spiel so schaffst du es jetzt mal? ja doch hier liegt schon am Spiel aber... ja das ist ja so viel da sollst du sonst eigentlich kann ich da gar nicht runterfallen da unten ja die Kraft fällt ja ne ich tue da eigentlich was ja und jetzt? da kann was goldenes kaputt machen immer noch ich hab ich hier nichts? ja außer zum Spuren fach wenn es nicht passiert ah ja dann geht's ja ja wenn es ja nicht schon was passiert ne? nichts ja wirklich ein wichtiges kein wichtiger Standteil dieses Spiels ich hab ein bisschen Angst vor mein Spinnensinn kribbelt was könnte wohl dein Spinnensinn meinen? oh mein Gott was passiert jetzt? ich hab Angst ich hab richtig gespast ey vor der Sch... schade ich dachte es wäre jetzt schon wieder jemand drauf gegangen also so halt eingequetscht gehen wir ein bisschen weg von der Stelle wo du da bist natürlich ich kann hier nicht hoch fliegen das bin auch verarschen vor allem wie die laufen dann hier ist eine Handelstange schnell geht weg damit ich kein Geld verlieren wenn ich sterbe da kann man nicht sterben ja aber du kommst doch nicht vor oder? doch ich glaube ich dass die nicht rauskommen ah ok fliegen klar kannst du fliegen doch das weißt du dass das Tor fliegen kann schade ich dachte dass Spider-Man steht bleib zurück alter ja ja wir wollen dir das Asgard zeichen das Asgard zeichen ist ja nicht schön ha 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 ach du glaubst mich einfach nur so ha 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 sagst und dann lachst du doch das bedeutet nur anerzähler im Spiel echt? ja leider wie wärs wenn du einfach die Luke öffnest? ach wirklich? dieses gehämmere? allen ernstes? hey Doc, wofür brauchst du all diese kosmischen Steine? ich teile meine Pläne nicht mit Insekten wie wärs mit einem Gott? weißt du was ich finde? aber die könntest du da weg machen ja was? die kriegen das U-Boot da wieder raus ja ich weiß auch nicht weißt du was ich finde? ich hab wieder stinknummer gelesen ähm weißt du was ich finde? ja was? das Auto schaut so richtig behindert aus welches Auto? äh ach ich krieg keinen Geschäften sagst du mir hin meinst du das U-Boot? ja das U-Boot ja das U-Boot hey wir haben 887.000 hey das ist wie ein richtiger Believer Läger ich hab jetzt erfrisst Satelliten lecker wer? Galactus ich kann doch so mal ich sagte ich wenn ich verstehe es ist dieses fettel was ich jetzt schon jetzt ist es den gegenwart einer dame auf deine manieren freistag Der wird von... die Freistaute wird von ihr kontrolliert. Warum auch immer, weil sie eigentlich nicht aus Metall ist, glaube ich. Oder? Stimmt, nein. Versteu'n uns, dass wir sowas nicht wissen. Doch, die ist vielleicht auch aus Metall. Aber weißt du, wie es ein Metall sein müsste? Vor allem, der hat uns zu gezwinkert. So, jetzt brauchen wir nur noch. Ja, ja. Wird Ellie. Ja, da hab ich doch. Die. Nein, ich hab die. Ich hab die. Da hast du gesagt, Freundin. Ja, du hast gesagt, ich hab sie der. Ich hab die Freundin auch gesagt. Ja, Freundin hast du gesagt. Freundin. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Saffer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und du mit deinem Boss wollen. Hintergrund. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind sie sicher, dass sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Staten. Aber wir brauchen ihn. Der einzige ist, der nicht sterben kann. Das ist wohl wahr. Ihr braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen. Und ich traus mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue. Der Reiheitsstatue? Ich weiß nicht. Ich traue mir. Ein halbsicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Wolverine wird euch dort helfen. Darf ich das fliegen? Ja, ja klar. Aber ich will mit einsteigen. Weißt du. Oh, das war das. Ist das die Lübe? Ist das die Lübe? Stimmt. Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch größeres und grüneres als dich selbst zu sehen. Was, Bruce? Keine Panik. Wir schalten Lady Liberty aus. Dann bist du sofort wieder die Nummer 1. Ach. Ja, nicht die Nummer 1. Dann sag ich selbst. Was ist los? Nichts. 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 Aber das ist gleiche, oder? Nein, nein, nein. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Was weißen denn die Fragezeichen? Das ist ein Aufgabe, oder? Du kannst das Flugzeug wegnehmen. Darf ich das machen? Gleich. Ich will es jetzt nicht selbst schaffen. Ich will es nicht selbst schaffen. Nein! Was ist los? Was ist los? Nein, wir nehmen was, was wir schon haben, das nicht, eben das nicht. Ich kann nicht mehr einsteigen, deswegen passt das nicht. Ja, in dem anderen kannst du einsteigen oder was? Ja, wir brauchen irgendeine Funktion, dass ich einsteigen kann. Stand ja extra da, Hikes. Wirst du auch verharfen, ne? Boah, Alter. Ah, ich kann dich kaputt machen. Shit. Echt jetzt? Ja, Alter. Ist ja geil. Ja. Du musst halt nicht als Hikes, sondern als Normaler da rein. Weißt du was? Ich hole jetzt ein Flugzeug. Aber nicht diesen Ding, Jett. Irgendwas cooles. Genau. Ey. Ja, ist so geil. Ich schau mal was. Das ist so geil. Ich schau mal was. 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 Ich hätte gedacht, du warst das. Ich schau mal was. Ich schau mal was. Ich kann mich raus so, meine. Wo bist du denn? Was ist so geil? Nein ich bin nicht der Spidercopter der rumschippt. Das ist so geil. Seid ihr hier? Ja, ja. Das ist ja hier. Das ist ja hier. Extrem Yolo. Ja. Ich stehe hier hin, wo der rote Diesel ist. Extrem Yolo, oder ob es da ist? Wer ist denn dieser Punkt da? Der rote? Da hab ich auch so so ein Landigter jetzt auch Ja, da sind die Knappe schon mit zwei Ähm Das ist ja gerade ziemlich wichtig Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen Bereit für unseren kleinen Ostflug Ach, da muss man mit fliegen Hannes, ich stürze gerade unten Oh, Soho Soho Das ist eine tolle Aufnahme Was weiß ich mir bitte Roxanne ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern Kommt meine Mutantenbrüder, wir müssen dieses Atomkraftwerk stilllegen Brüder Das sind beide Schwestern Das Mastermind, ja Das Mastermind, du bist dicker Hulk, schlägt du Selidi Hulk, Vorsicht, sie ist nationales Kulturgut Und ihr Hut hat gefährliche Spitzen Komm, wie ist er einfach, die ganze Zeit grinst Nein Ich bin so frei Und hart Dieser Tag wird immer besser Dieser Tag wird immer besser Mach Ich? Warum ich? Weil du halb bist Nee Wolverine, 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 Wolverine Lass mich Wolverine sein Lass mich Wolverine sein Ich will Wolverine sein Dankeschön Bin ich Wolverine Oh, das ist eure Ach, schade, da kann ich mir nicht durch Weil ich ungesiegbar bin vielleicht? Ist ein Bond oder so? Nein, ich bin aber im Sterblech Ja Er heigt es Der kann einfach durchwarten Was zum was Hast du gesehen, wie die Leiter hochgestiegen sind? Schau mal Nee, ich hab wieder besser zu tun Schau, schau mal her Oh, Sporky Ich bin so website Ich bin so ein Oh, ich hab zu Ach, ich hab dich Ich bin so Ey, ich hab die Vielleicht ein Wirken sich Nein, das wollte ich nicht Egal Der Staubsaugten Was ist denn hier? Haha, tot witzig. Nein, jetzt! Nein, Mann! Darf ich mal? Danke, Karl. Habe ich dich bei irgendwas genervt, Hannes? Nee, zum Glück gar nicht. Okay. Aber wenn schon, dann wäre es ja sehr blöd gewesen. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte dich ja nicht nerven. Unter keinen Umständen möchte ich dich nerven. Hannes, wir brauchen deine unglaubliche Wanderungskunst. Ja, ich komm. Wer zur Säge oder sowas. Wo bist du denn? Das ist langgegangen. Warum denn? Weil ich in die andere Richtung gehen. Ja. Warum denn? Weiß ich mal was hier. Aber ich... Wie geht's denn hier in die andere Richtung? Hier. Wie bist du denn hier rübergekommen? Geheimnis der meiner Großmutter. Die war auch schon da. Haha, ich war das ja nicht. Hehehe. Hei kann sich durch Giften bewegen. Ja, das passt. Du kannst dich hier in etwas Nützliches verwandeln. Wie geht es denn? Ja, Hannes, du bist ja so auch nicht nützlich. Tut mir leid. Ich, äh, ich musste einfach zuschnappen. Ich, äh... Echt jetzt? Eine Mausefalle? Wirklich? Jetzt! Man! Nur weil du nicht Geld fällst oder was? Nee, weil ich eigentlich jetzt... Ich will nicht sterben. Zack. 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 Und tot. Und tot. Tot und tot. Tschüss. 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 Das hat nichts. 3, 2, 1. So, mal schauen. Wie kann ich denn hier... Na... Nein. Nein, das ist dein, dein Trifton... He, ich... Ich hab die Situation gerade nicht aufgestellert. Hätte er das wirklich deine Situation verändert? Die ganzen Turm einzustürzen. Halt, rein mit dir! Bitte... Du weißt, was das ist. Nee, was ist das? Sag, was ist das? Die Hand der Freiheitsstaatung. Ach so. Los, bring mich mal hoch. Was ist jetzt da? Soll die träumen? Die steht beim Aufzug. Wollen wir irgendwas machen? Nee. Ach so, lass ich bleibe jetzt mal. Ach so, da ist doch extra ein Spürsinn für dich. Kannst du hier nicht... Hä? Hier direkt unter mir sind Spürsinn für dich. Wusstest du? Tschüss. Ja, soviel zu dem natürlich. Tschüss. So, jetzt bitte mal tschüss, ja? Wenn du nicht mal weißt, wo du da hoch rufst. Du musstest mal hier auch hoch ruf. Das ist ja grad zum Beispiel wieder. Hm? Ja, ich hab mich einfach umgebracht, damit ich hier wieder hin. Ach genau. Ja, trotzdem bist du grad runtergefallen. Ja. Ja, das war ja Absicht, damit ich hier wieder hoch wohne, weil ich bin ganz gut runtergefallen. Ach so, ich bin jetzt hier direkt in der Hand. Ah, das muss ich machen. Das sah wohl noch high aus. Hey, hallo, Hannes, ich brauch dich hier. Was denn? Das da oben geht nur für dich, du Idiot. Weil du anscheinend intelligenter bist als Wolverine. Ich weiß nicht. Das sieht von einem geil irgendwie so alten Nintendo-Spiel oder so aus. Nein. Was war's denn jetzt? Ja, wieder weg. Ich weiß nicht, ob der gesehen hat. So, ob ich da drin bleiben würde. Ich weiß nicht. Du kannst auch nicht drüber. Ähm, dir schon fährst du da hier was machen. Ja, ich weiß. Mag ja nur einen Versuch, ja. Vor allem, weil's uns wahrscheinlich nicht trifft. Was waren die da hinten? Hey, guck mal. Guck mal da rüber. Was wird ja machen. Das wird dann ein bisschen knifflig. Ach, das ist böse. Ja, die sind böse. Ja, helf mir mal bitte. Das ist das Dode. Ja, ich bin nur gar dabei, dir zu helfen, ja? Du musst dir die ganze Zeit rumholen. Wenn du stirbst, dann ist mir das auch scheiße. Hey, hallo, hier. Du wirst benötigt. Was machst denn du da? Du kommst zu uns jetzt zurück. Du musst dran stecken. Oh, also ich möchte. Ich muss ganz kurz hier schon mal was zu euch. Weiß er nicht, natürlich weiß ich. Freiraum, ne? Was wollt ihr denn sagen? Freise, ja, sinnisch. Freise. Vorm Bauer. Nein, hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Hast du das nicht, Opfer, ne? Ich? Das schon. Hast du heute das Gold gemacht? Nein. Das ist nur dein Bauch. Ja, meiner. Stimmt. Nein. Zu meiner, oder? Ja, besten zu uns. Soll ich intelligente bin, hast du, werde ich hier immer arbeiten. Warum muss ich das helfen? Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Oh, los. Das ist nicht schön. Hallo, Hannes. Ja, ich find's auch ganz schön. Hallo, du musst hier drauf. Ja, ich sag mir hier erstmal links. Ja, das ist richtig. Im Sammelzelt, hast du jetzt gar keinen Mut eingesammelt. Lauf doch einfach. Schaffst du das nicht, was ich hier alles so bleiben muss? Nein, nein. Ja, gar keinen Mut. Doch, das hat alle eingesammelt, die man einfach an den Kanten hat. Ring? Ah, ich bin für dich schwer, ne? Ja, hier wieder Diskriminierung. Was ist? Ich bin nicht fett. Du brauchst ja nicht lügen. Hier, komm, geh da rein. Ja. Ja. Irgendwas müssen wir so die Dinger noch machen müssen. Nein. Da muss Wolverine was machen. Ah, ja gut. Bin ich jetzt mal damit unterwegs, was zu machen. Ah, ich pumpe das Becken leer. Nee. Doch? Ja? Wow. Du musst nochmal. Da hast du hier noch einen Haken. Hm, erstmal Geld einsammeln. Ist mir scheißegal. Ja, dein Geld ist mir auch scheißegal. Nein, nein, nein. Warte, das Geld ist mir auch... Wie du hier schon so richtig geldsüchtig wartest. Guck mal überall nicht durch. Wie kommst du da durch? Na gut, da nicht. Was kann man jetzt hier machen? Genau. Ja, das ist ne gute Idee. Ah, warte, warte. Nee, nee, da nicht. Oder doch. Die ultimative Idee. Okay. Das ist cool. Die ultimative Idee. Okay. Ja, komm. Wir stehen schon im Aufzug warten. Ja, also Hulk kommt nicht rein. Boah, noch so mit dem Kaka da rein. Ich wollte Figur wechseln. Ich finde schön, dass man aber nicht irgendwie dann in der Lobby später oder wie schnell so in der Stadt dann, dass man da nicht Hulk ist oder die Person mit der man eben das Level ist. Schade, das ist noch nicht vorbei. Hätte mich ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Ich auch. Das ist schwierig. Hannes, Freiheit für alle. Scheiße. Nein. Nee, die andere Tastung. Genau die. Ach nee. Du lernst dazu. Zum Glück war gar keinen Scherz. Ich weiß. Komm ihnen nicht zu nahe, es sei denn du stehst auf 10.000 Volt Überraschung. Ja, hauptsächlich. Ah, ich darf nur in die Mitte. Warte, 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 warte. So. Ich kann da nicht drauf gehen. Schön. Das sollte den zweiten zum Laufen bringen. Zum Laufen bringen? Was ist überhaupt das für ein Labor, bitte? Wer arbeitet denn hier? Ja. Und der Heinz? Hier wird der Heinz Ketchup hergestellt. weißt du nicht? Hä? Hier wird der Heinz Ketchup hergestellt. Der Heinz Ketchup. Ja, der Heinz Ketchup. Also Ketchup von Heinz heißt dir. Was sagst du auch der Ketchup? Ketchup auch mein. Das heißt der Ketchup und das Ketchup, ne? Das weißt du, ne? Warum sagst du das jetzt 10 Mal? 10 Mal? Ich hab's dir einmal gesagt. Du hast mir zweimal gesagt. die einmal gesagt macht die andere zu halten Wurst noch einfach zum Halb. Sollte ich hier noch in so selbst laufen? Darf ich mal dahin? Also, da ist er. Ah, so verstehe. Wie das auch so gerade klang, sehr, sehr weh. Ich klinge das sogar mal. Irgendwie langsam hast du keine Lust mehr auch, ne? Wie? Ich hab hier mega Lust. Ja, du schaust auch aus. Weißt du was? Wir können einfach mal hauen mit dem Haus vor. Vor allem, weil die Folge Jahre danach auskommt, nachdem ich Ende eigentlich schon draußen bin. Bei der Folge? Wie sehen wir. Oh, ja, wir sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Tschüss!